Hallo ihr Lieben da draußen, entschuldigt jetzt ich so verrafft ausschaue, ähm, es ist schon fast 8. Wir waren gestern in Schloss Dennenlohe, also Alex und ich und, ähm, noch Alex und Ehren und ich habe spontan euch ein bisschen mitgenommen, aber keine An- und Abmoderation gemacht. Das heißt, euch erwarten jetzt in diesem Video Bilder und Filmclips über das schöne Schloss Dennenlohe, in dem wir gestern waren und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020